Liebe Fans, ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken für die jahrelange Unterstützung, die ihr mir gegeben habt, die Anerkennung, die ich genießen durfte. Vor allem auch jetzt in meiner Leidenszeit mit meiner schweren Verletzung standet ihr stets zu mir, habt mich supportet, mir Energie gegeben und ihr habt mich hier zu Legende auch gemacht und deswegen möchte ich mich bei euch, wie gesagt, vom ganzen Herzen dafür bedanken. Nach langen, intensiven, aber vor allem auch freundschaftlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen hier, allen voran mit Alex Rosen, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mir mein Gefühl am Ende gesagt hat, dass die Zeit hier bei der TSG zu Ende ist. Wo die Reise hingeht, wird man sehen, aber ich bin überzeugt, dass früher oder später sich unsere Wege in meiner Person dann vielleicht in einer anderen Rolle hier sich dann wieder kreuzen werden. Bis dahin nochmal vielen, vielen Dank und alles Gute, euer Wicho. Das war die Herausforderung, vielen Dank. HAPPEN